ich bin wieder im super geilen restaurant mit den schicken top tollen wänden und das hier ist kalter kaffee sozusagen schmeckt gar nicht so schlecht ja hier ist wieder ziemlich viel los immer die kinder die zu doll quetschen alter die ganzen kugel rausglitschen man kennt das ist die billigste beyblade nachmacher die ich je gesehen habe hier gibt es auch gigantische kerzen ja diese halle kenne ich bereits abends ist hier viel viel mehr los hier kann man schon mal gucken was hier alles ist ganz interessant da hinten dass die andere halle gibt es auch noch rei ich bin gerade extrem geruchs überfordert oh mein gott hier riecht nach allem ich rieche scheiße ich rieche fisch ich rieche chili ich rieche obst also ach du kacke also ich scheine hier irgend so einem thailändischen dies und das laden zu sein aber nur viel gigantischer als der laden auf der belgier wolltet ihr nicht schon immer mal einen salt bay oder eurem schreibtisch zu stehen haben also echt sind das actionfiguren das bin ich auf so verdammt vielen 7e landes Ja, ich bin wieder hier im Markt. Ja, kein Cois, aber das Leben ist schön. Ich kann es kaum glauben, traditionelle Süßigkeiten, so sehen sie aus. Eine Ratte! Mit diesen Wedelgeräten halten sie die Fliegen von ihren Speisen fern. Sehr effektiv. So, eine sehr übliche Art von Süßigkeiten hier in Thailand. Ja, du mach scharf, du Hurensohn! Okay. Also, es ist total wabbelig in der Hand. So, ich kann nicht sagen, an was mich das erinnert, denn ich habe kein Vergleich. Aber ich hätte es jetzt probieren. So. Cheers! Oh, der schmeckt total interessant. Und ich habe keinen Vergleich. Ich muss erst mal spucken, Alter. Total anders, es ist süß, aber auch nicht zu süß. Und hat einen total eigenartigen Geschmack, aber im positiven Sinne. Lieblingsgetränk Nummer 1, Lieblingsgetränk Nummer 2, eine kleinere Version. Dann nehme ich hier noch so einen riesen Becher. Und jetzt fülle ich diesen Becher hier an diesem Gerät mit Eis. Jetzt habe ich das hier, ich nehme das Getränk. Das trinke ich auch gerne extra kalt. Das kann ich auch warm trinken. Aber das trinke ich am liebsten immer kalt. Alles, was ich tun muss, ist nur noch hier. Passt fast alles rein. Ist auch ein bisschen hier übrig. Das trinke ich noch aus. Alter, geil. So, jetzt habe ich hier noch einen Strohhalm. Geil, oder? Geil, oder? Vielen Dank.